Musik Ihre Bellen haben vor, unsere Bodentruppen mit Y-Wings zu bombardieren. Haltet diese Verräter von den Uplinks fern! Rückt zu Ihren Uplinks-Stationen vor! Rüber! Wir müssen die Rebellen von Ihrem Uplink vertreiben. Rüber! Wir müssen die Rebellen entfernen! Y-Wing hat unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Wir haben diese Kriminelle geholfen. Jim Urso ist ganz in der Nähe. Erledigt sie. Ich bin bereit, machen wir Kampfmannsdruck. Die Rebellen kontrollieren die Uplinkstation. Wir müssen sie deaktivieren, sonst nehmen uns ihre Y-Wing-Bombe auf Form. Die Rebellen brauchen die Uplinkstation. Die Riebel sind und sieben. Die Meistlich-Arriving, die dieимся auf den ATA-D anbieten. Die Riebel ist ausreichend. Die Riebel sind in ein ATA-D. Feindlicher Uplink ist offline. Und jetzt holt sie euch. Und jetzt holt sie euch. Der Kopfgeldjäger ist auf unserer Seite. Attackiert ihre Uplinkstationen. Die Rebellen haben die Uplinkstationen aktiviert. Sie müssen sie abschalten. Wir müssen diesen Uplink abschalten. Die Rebellen brauchen ihn, um Luftunterstützung anzufordern. Ohne ihn können sie unsere Kampfläufer nicht angreifen. Halte sie auf nach Rebellen. Erso ist eine Lady. Erso ist eine Lady. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Attackiert. Die Bomber der Rebellen haben unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Falsche Richtung, Soldat. Die Bomber der Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um einen Angravierer Wild Wings zu verhindern. Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um einen Angravierer Wild Wings zu verhindern. Der Rebellen hat das Feuer auf unsere Kampfläufer verhindern. Wir können sie wieder abschalten. Wir haben ihren Uplink deaktiviert. Die Rebellen verhindern die Reaktivierungsversuche! Wir werden die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten! Wir müssen sie wieder abschalten. Das sind das Feuer auf unsere Kampfläufer. Also, gericht uns, Soldaten. Du rennst mit deinem Verserbenssoldat. Der AT-AT ist den Rebellen schutzlos ausgeliefert. Verteidigt ihn. Das ist die falsche Richtung. Der Schill-Generator des Kampfläufers ist gleich wieder online. Rücken zu Ihren Ablingsrohr. Wir haben Ihr Signal unterbrochen. Macht weiter Druck auf diese Rebellen. Gegner auf zwei Uhr. Jack da! Los! Los! Mediabläuten! Langsam! Ja! Problematisch! Die beiden Lachen nicht mehr aktivieren! Die beiden Lachen nicht mehr aktivieren! Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Uplinkstation aktiviert. Rebellengruppen sind geordnet! Rebellen-Uplink deaktiviert! Weiter nach Planen! Bekachte mich! Bekachte mich! Die Schrauben! Bekasse mich! Schrauben! 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 Wer noch präsentiert?